Ein Schneesturm und mein Balkon mein Balkon ist voll mit Schnee Wahnsinn ich weiß aber nicht ob man das so sieht keine Ahnung der hintersehende Bleistitz weil hier durch sehe ich nichts so wie ich es mit bloßem Auge sehe wenn man zwei Kontrollen aufmacht hab ich doch doch das erkennt man schon ja das erkennt man schon ich hoffe aber ich mach das nicht lange ja ich hab schon ich hab schon ich hab schon ich hab schon